Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Style & Design wunderschön, perfekt. Qualität müsste für den Preis besser sein, aber Design kostet halt auch. Fällt recht klein aus, daher mindestens eine Größe größer kaufen, besser vielleicht zwei größer, denn abnähen geht immer. Erweitern ist bei dem Klein überhaupt nicht möglich. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.